Studieren die nur, um protestieren zu können? Ich berechne dir nur 5000 Won. Normalerweise nimmst du nur 4000, 3000 Won hier. Hey, was für ein Idiot würde 100.000 für diese Strecke zahlen? Nice to meet you. Let's go, Guangzhou. Hier, bitte, steigen Sie ein. Gibt es hier in der Nähe irgendwo eine Nebenstraße nach Guangzhou? Wo ist das genau? Was will der? Ist das eine Kamera? Na los! So, ich? Englisch. Deswegen. You are... Reporter? Wir haben hier einen Reporter. Ist das alles, was wir für solche wichtigen Gäste haben? Hot. Das ist genau bei der Fernsehstation. Asien-Korrespondent für Deutschlands öffentliches Fernsehen, Jürgen Hinzpeter. Wir werden ihn finden. Fassen Sie auf! Das sind verdeckte Zivilsoldaten! Wir müssen hier weg! Die Truppen suchen doch nach einem Taxi aus Seoul. Ich habe einen Fahrgast zurückgelassen. Jess-Korrespondent für Deutschlands Michelin. Es tut so leh. Das ist der erste Rei. Es tut so leh. Und ich sage es nur vor, hier habe ich mir proposed.